Die Globalisten des Weltwirtschaftsforums haben den Kampf gegen Desinformation als Thema Nummer 1 auserwählt. Schon Ursula van der Leyen sagte am ersten Tag des WEF in Davos, das wichtigste Thema für die nächsten zwei Jahre ist nicht Krieg und ist nicht Klima, sondern der Kampf gegen Desinformation. Das ist eine Kriegserklärung an die Aufklärungsbewegung, eine Kriegserklärung, eine Kampfansage an alle freien und alternativen Medien. Und noch nie hat jemand so offen Zensur und staatliche, globalistische Manipulation gefordert. Und wir haben ein aktuelles Beispiel. Am selben Tag, am selben Abend im ZDF-Heute-Journal geht der ZDF natürlich gegen die AfD vor und berichtet umfangreich gegen die AfD. Und dann sagt die Moderatorin, sie hätte ja gerne mit Alice Weidel zu den neuen Schmutzkübel-Kampagnen gesprochen. Alice Weidel wollte nicht erneut ein Interview dazu geben. Und dann sagt sie, hören Sie hin? Gern hätte ich heute mit Alice Weidel über all das gesprochen. Sie lehnte die Einladung aber ab. Dann lassen wir uns das Ganze einordnen von einer neutralen Beobachterin. Julia Ebner ist Extremismusforscherin und Autorin. Einen schönen guten Abend nach London. Ja, wen meint Dunja Hayali denn mit dieser neutralen Beobachterin in London? Eine Landsfrau von mir, eine Österreicherin. Es ist Julia Ebner. Und Julia Ebner ist keineswegs neutral, vielleicht für den ZDF. Aber Julia Ebner arbeitet ihr Leben lang schon als sogenannte Extremismusforscherin und als Rechtsextremismus-Expertin. Sie schreibt Kolumnen bei der linksextremen Zeitung, Wochenzeitung der Falter. Beim Falter schreibt Julia Ebner-Kolumnen und sie ist Koordinatorin des pan-europäischen Netzwerks Familien gegen Terrorismus und Extremismus. Pan-Europa, Kalergi, war da nicht irgendetwas? Sind diese Personen neutral? Sie bewegt sich ganz klar im einschlägigen linken Milieu und wird natürlich deswegen von der angeblich objektiven ZDF-Schorneile als neutrale Beobachterin dargestellt. Und sie engagiert sich auch undercover. Hören Sie. Das ist absolut auf Ihre Taktik zurückzuführen. Ich war 2017 undercover bei der Identitären Bewegung und auch bei einem internen Strategietreffen mit Martin Sellner unter anderem dabei. Also genau die Methoden, mit denen das Korrektiv diesen Skandal aufgebracht hat, nämlich mit Verwandlung, mit geheimen Kameras, mit Infiltrierung, mit miesesten Stasi-Geheimdienstmethoden. Genau damit hat auch Julia Ebner ausführlich Erfahrung, die neutrale Beobachterin. Und was schlägt sie vor? Wie soll man der AfD denn beikommen, um die AfD, also wie gesagt, eine demokratisch gewählte Partei, wie soll man denn die AfD im Rahmen der Demokratie stoppen, wenn es denn mit Wahlen nicht geht? Gibt es eine gewisse Schocksituation, auch bei den demokratischen Parteien? Die wollen die AfD jetzt plötzlich inhaltlich stellen, sagen sie. Und da sagen wiederum nicht wenige. Das hat doch seit Jahren überhaupt nicht funktioniert. Aber dann fragt man sich, was denn? Was dann? Das ist eine gute Frage. Inhaltlich hat tatsächlich in der Vergangenheit sehr wenig funktioniert. Es ist auch, denke ich, nur eine reine Symptombekämpfung, sich der Partei auf inhaltlicher Ebene zu stellen. Also man soll sich nicht inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Sie tun ja nicht mal mehr so, als würden Sie Demokratie spielen. Sie haben Ihre Demokratiesimulation völlig über Bord geworfen. Denn Demokratie bedeutet ja Diskurs, Austausch, der Wettstreit, der besten Meinungen. Was können wir tun? Da lautet jetzt bei manchen die Antwort, ein Verbotsverfahren gegen die Partei oder aber auch ein Grundrechteentzug gegen einzelne Politiker. Ja, und hier hat Dunja Hayali wieder eine wunderbare Suggestivsteilvorlage geliefert. Soll man denn nicht die Grundrechte entziehen? Manche Personen sagen, es solle ein Verbot gegen die AfD geben. Manche Personen sagen, man solle oppositionellen Medienmachern oder Politikern Grundrechte entziehen. Das sind nicht manche Personen, sondern das sind linksextremistische Antifa-Kampagnen wie von Kampakt. Über eine Million Menschen haben mittlerweile übrigens gefordert, dass man Björn Höcke und anderen AfD-Politikern einfach die Grundrechte entziehen soll, mitten in der Demokratie. Und unsere Extremismusforscherin Julia Ebner findet das natürlich nicht schlecht. Ich denke, es wäre eventuell wahrscheinlich schon sinnvoll, sich im weiteren Verlauf anzuschauen, ob man einzelnen Personen zumindest die Ausübung von politischen Funktionen verbieten kann, wenn sie sich wirklich verfassungswidrig verhalten bzw. antidemokratische oder menschenfeindliche Ideen gezielt verbreiten. Zum Beispiel bei Herrn Höcke kann man sich das durchaus auch vorstellen, dass das auf rechtlicher Basis passieren könnte. Es wird also im Staatsmedium offen darüber diskutiert, dass man unliebsamen Personen, genannt wurde etwa Björn Höcke, einfach die Grundrechte entziehen soll. Ohne Widerspruch, ohne Hinterfragen, ohne irgendeine Anmerkung, dass das vielleicht extremistisch sein könnte, dass man dann den Boden der Demokratie und den Boden des Rechtsstaats verlieren könnte. Nein, es wird offen darüber gesprochen und wir haben diese Phase vorausgesagt. Wir haben gesagt, dass 2024 ein Schicksalsjahr wird und wir haben gesagt, dass das System in Bedrängnis gerät, weil es den Rückhalt in der Bevölkerung verliert, weil es jeden Bezug zur Bevölkerung verliert. Ricarda Lang sagte auch gestern, dass ein Durchschnittsrentner ihrer Meinung nach 2000 Euro verdienen würde. Sie haben keinen Bezug mehr, keinen Bezug mehr zu diesem Volk, über das sie herrschen wollen und deswegen schlägt das System panisch um sich. Es wird noch weiter aggressiv vorgehen, es wird eskalieren, es wird die eigenen Gesetze brechen, das haben wir gesehen. Für uns heißt es, ruhig bleiben, klar bleiben, friedlich bleiben, den Weg klar weitergehen und was sie tun können, das ist, jene Menschen zu stärken, ihnen den Rücken zu stärken, sie zu unterstützen, wo es ihnen möglich ist, die vorne stehen, die Gesicht zeigen, die für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit eintreten. Unbeirrbar.